Ich glaube, die gibt es überall in Deutschland und in Österreich auch. Gute Adresse für gute Qualität und das schon seit 70 Jahren. Es gibt auch viele Sachen für den Haushalt, zum Dekorieren. Um uns andere Jungen für unseren Garten zu holen und Futter für unsere Hunde. Wenn ich keine Zeit habe, hierher zu kommen, bestelle ich meine Sachen online und kriege sie nach Hause geliefert. Ich bin hier, weil ich hier alles finde, was ich in keinem anderen Laden bekomme. Wir kommen hierher, weil wir eigentlich Igelfutter kaufen wollten, aber für sie ist es natürlich auch schön mit den ganzen Tieren, die es hier gibt. Der Deutsche Handelspreis 2018 in der Kategorie Mittelstand geht an Dena. Der Dena hat eine super Qualität. Wir kommen immer gerne hierher. Herzlichen Glückwunsch Dena. Ihr habt den grünen Daumen.